Es ist soweit. Wir können gleich zuschlagen, der Uli und ich. Aber jetzt wollen wir doch erstmal den Marco fragen, der diese unheimlich vielen Schnitzel zubereitet hat, was es damit auf sich hat. Die drei haben hier Fähnchen und die anderen Cains. Und erklären Sie bitte nochmal ganz genau, was wir jetzt hier verspeisen dürfen. Kuhn-Schnitzel mit Fähnchen, damit Sie es leichter verkennt sind, Schwein-Ländchen-Schnitzel und klasse ist Schwein-Schnitzel. So, und in den anderen Töppen, das sehen wir selber. Champignons, Rackgetoffeln, Pommes, Kroketten, Mischgenüse, Popoli, Blumenkohl. Guten Appetit. Mir läuft schon ins Wasser. Vielen herzlichen Dank. Wir kosten das jetzt und wenn es schmeckt, gibt es 500 Euro. Aber das sieht man eigentlich schon heute. Guten Appetit. Danke.